Hier sehen Sie den weizten Pool. Der ist super schön angelegt, kann man schön liegen. Jetzt auch Mitte Dezember. Hier ist es ganz windgeschützt, die Sonne scheint. Das haben sie jetzt erst ganz neu gemacht. Das sieht man auch an den Palmen noch, dass die ganz neu gepflanzt sind. Und der Pool hat 24, 25 Grad. Man kann schön in den Pool gehen. Hier ist man direkt am Strand unten und es ist im Winter auch der ruhige Pool für Erwachsene dann, wo dann halt auch keine Kinder da sind. Eine schöne Badeinsel.